servus liebe warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einem richtig interessanten stück aus der vergangenheit und zwar haben wir eine konzept zeichnung ein screenshot aus dem jahr 2001 und dieser zeigt wie der ursprüngliche plan für rassen für das quest design für die dungeon entwicklung von world of warcraft ursprünglich sein sollte und wenn man sich das ganze mal so anguckt es ist im vergleich zu heute komplett anders also es hat sich einiges getan und das wollen wir uns jetzt in diesem video mal anschauen also wie bereits erwähnt dieser dungeon plan wie es hier genannt wird ist von 2001 und ist erstell worden von chris metzen also langjähriger und wichtiger mitarbeiter bei world of warcraft und letzten endes 2004 konnte das spiel erstmals gespielt werden der ursprüngliche plan war tatsächlich dass jede rasse eine eigene eigenständige einzigartige kampagne bekommt und danach ging das ganze oder hat sich durch instanzen gezogen maximal level war angedacht level 25 wohl das war etwas was ich auch nicht wusste und hier sehen wir erwähnten plan wenn wir uns das ganze angucken sehen wir wir haben von 1 bis 4 einen spezifischen dungeon von level 5 bis 10 von 11 bis 17 18 bis 22 23 bis 25 und die kampagnen der einzelnen völker überschneiden sich teilweise also hier haben wir dann sachen gold mine excavation site für die zwerge monastery für die scourge wie es hier noch heißt das werden dann die untoten sein skull rock für die orks razor finn für die tauren also krall bzw hügel der klingen hauer nachtelfen ashenvale rains teilweise sind die namen dieser dungeons heutzutage auch nicht mehr aktuell bzw wurden sie geändert und hier sehen wir mal die karte von azaroth kalemdor und die östlichen königreiche und wo die einzelnen dungeons liegen und da sehen wir doch dass sich im vergleich zu heute einiges getan hat ähm zum beispiel grimba toll etwas was wir erst mit cataclysm bekommen haben war hier schon mit eingeplant ähm genauso aschara als dungeon auch ganz interessant und zum beispiel was hatte ich noch gesehen ähm hier tolbarat war auch schon vermerkt für classic sogar alex strasa was auch immer da passieren sollte ähm alles was ihr hier seht die punkte mit namen dran sind dungeons und die mit dem x markiert ähm sollten dungeons werden die nicht quest bezogen sind und die eher für max level spieler gedacht waren also da hat sich einiges getan excavation site hier ähm wie gesagt ein paar dungeons sind ja so auch im spiel allerdings weiß ich zum beispiel diamond mines wüsste ich jetzt nicht außer ich stehe komplett auf dem schlauch was dahinter steckt alex strasa hier tolbarat hat sich doch noch einiges getan wobei ich sagen muss die ursprünglichen pläne klingen ziemlich cool und auch interessant dass hier schon nordend quasi mit vermerkt ist also da war scheinbar schon einiges in die zukunft gedacht worden ziemlich ziemlich coole sache ich mag so sachen guck mir das sehr sehr gerne an ähm wenn ihr da noch was habt was in die ähnliche richtung geht haut es mal in die kommentare oder so gucke ich mir sehr gerne an damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video reingehauen 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 Vielen Dank.